7. Steh auf! Peyton, steh auf! Sofort! Paradise verlor den Kampf gegen ihren Überlebensinstinkt und rollte ihren Kumpel oder Erzfeind oder was auch immer er war auf den Rücken und verfluchte ihn, sich selbst, die Brüder, so ziemlich alles. Das mit der Rückenlage hielt nicht lange an. Da er wieder zu würgen anfing, drehte sie ihn schnell zurück auf den Bauch, damit er nicht an seinem Erbrochenen erstickte. Als sie sich umschaute, sah sie so viele am Boden liegen, als befänden sie sich auf einem Schlachtfeld. Ich sterbe, stöhnte Peyton. In einem Winkel ihres Bewusstseins nahm Paradise wahr, dass der Krach zwar immer noch genauso unheilvoll war, es aber mehr Licht gab, weil die Blitze in kürzeren Abständen aufeinander folgten und länger anhielten. Komm schon! Sie zog an seinem Ärmel. Wir können nicht hierbleiben! Lass mich! Lass mich einfach! Während Peyton sich erneut erbrach, obwohl sein Magen nicht mehr viel herzugeben hatte, spähte Paradise in Richtung der hinteren Hallenecke. Eine Gruppe von Leuten schien um die dunkle Öffnung herumzustehen, die sie laut Craig ansteuern sollte. Peyton! Wir werden alle sterben! Nein! Das werden wir nicht! Es war fast ein Schock, als ihr klar wurde, dass sie das wirklich glaubte. Sie sagte es nicht nur, um Mr. Cool mit dem kleinen Kotzproblem zu beruhigen. Es war nämlich so. Dieses ganze Getöse und Geblitze verursachte weder Trümmer noch Rauch oder Staub. Es wackelten keine Wände und auch sonst hatte das Spektakel wenig Einfluss auf die Räumlichkeit oder die Leute darin. Es war eine reine Licht- und Tonshow, wie bei einem Gewitter oder einer Theateraufführung. Mehr nicht. Sie hatte außerdem den Eindruck, dass sich die Lichter veränderten, was bestimmt auch etwas zu bedeuten hatte. Wahrscheinlich nichts Gutes. Peyton! Paradise packte seinen Arm, um ihn wieder auf den Rücken zu drehen. Beweg jetzt deinen Hintern in die Senkrechte! Wir müssen es darüber in die Ecke schaffen! Ich kann nicht! Es ist... Jepp! Sie ohrfeigte ihn. Und sie war weder stolz darauf, noch verursachte ihr die schmerzende Berührung irgendeine Form von Befriedigung. Steh sofort auf! Er riss die Augen auf. Perry! Was hast du denn gedacht, mit wem du redest? Taylor Swift? Sie hiefte seinen Oberkörper vom Turnhallenboden hoch. Du musst auf die Beine kommen! Kann aber sein, dass ich auf dich draufkotze. Meinst du nicht, wir haben gerade größere Probleme? Hast du dich hier mal umgeschaut? Peyton fing an, irgendwelches Zeug zu labern. Da beschloss sie, dass es reichte. Breitbeinig stellte sie sich über ihn, packte ihn unter den Achseln und mit Hilfe ihrer neu gefundenen Kraft ging sie rückwärts und zog ihn dabei auf seine Adidas-Turnschuhe hoch. Paradise, ich muss... Paradise, ich muss... Na super! Voll über ihre Vorderseite. Außerdem schwankte er so, dass es schwer werden würde, geradeaus zu laufen. Rennen? Ha! Vergiss es! Scheiß drauf, murmelte sie, packte ihn um die Taille und hiefte ihn sich über die Schulter. Schwer! Echt! Verdammt! Schwer! Jetzt war sie diejenige mit dem Gleichgewichtsproblem. Es war, als versuchte sie, ein Klavier auf ihrer Schulter zu balancieren. Dass das Schwergewicht dabei auch noch mit ihr herumstritt und ihr hinten am rechten Bein runterkotzte, war nicht gerade hilfreich. Paradise machte sich auf den Weg und ignorierte dabei alles außer dem Ziel. Diese verdammte Tür am anderen Ende zu erreichen. Ihr Kopf wurde so heftig zur Seite gedrückt, dass ihre Nackenmuskeln vor lauter Anspannung brannten. Ihre Schulter wurde langsam mangels Durchblutung taub und ihre Oberschenkel zitterten bereits unter der Belastung. Die Versuchung, sich in all diese körperlichen Empfindungen zu verlieren, war groß, vor allem je lauter und drängender sie wurden. Doch sie wollte, also sie wollte zu dieser Tür, an die frische Luft, das Ende dieser ganzen Geschichte voller Angst und Schrecken erreichen. Dann konnte sie tief durchatmen, die jammernde Peyton-Last abwerfen und sich in ein schönes, sauberes Klassenzimmer setzen. Vielleicht ein bisschen mit den Brüdern scherzen, dass sie den schlimmsten Teil überstanden hatte. Und nun der Selbstverteidigungskurs und das Schulbuch-Training beginnen konnten. Um sich anzutreiben, versuchte sie, sich an die Klassenräume zu erinnern, die sie auf dem Weg vom Parkplatz zur Sporthalle gesehen hatte. Es gab dort Neonleuchten und lange Tischreihen mit Stühlen in ordentlicher Aufstellung vor einer Tafel. »Bleib stehen«, winselte Peyton. »Ich werde sterben.« »Halt's Maul und zappel nicht so rum«, ächzte sie. »Ich werde...« »Verdammt nochmal«, dachte sie, als er mit seiner panischen Leier fortfuhr. Wie sie sich so vorwärts schleppte und vor Anstrengung keuchte, stellte das Labyrinth aus Turngeräten eine besonders nervige Herausforderung dar. Die verschiedenen Stationen schienen genau so aufgebaut und verteilt zu sein, dass es extrem schwierig war, dazwischen hindurch daran vorbei oder darum herum zu kommen. Vor allem mit Kartoffelsack-Peyton über der Schulter. Dann lagen da überall auf dem Boden auch noch Leute rum. Jedes Mal, wenn sie jemandem auswich oder über eine Hand, einen Fuß, ein Bein oder einen Arm hinwegstieg, wäre sie am liebsten stehen geblieben, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung war. Um Hilfe zu holen. Irgendetwas zu tun. Die Tatsache, dass sie niemanden außer sich selbst und Peyton retten konnte, ließ sie innerlich schreien, bis ihre Lungen brannten und eine seltsame Wut sie anspornte. Sie suchte ständig nach Blut, war wie besessen davon. Aber es gab nicht das kleinste Anzeichen. Keine roten Flecken auf Kleidung. Keine roten Streifen auf der Haut. Keine roten Spuren auf dem honiggelben Holzfußboden. Sie nahm den Geruch auch nirgendwo wahr. Obwohl es viele andere Gerüche gab, von denen keiner angenehm war. Aber kein Blut. Das war doch eigentlich gut. Oder? Ah! Brüllte sie, als ein weißglühender Schmerzblitz sie durchzockte. Erwischt. Der Schmerz in ihrem linken Ellenbogen brachte alles aus dem Gleichgewicht. Ihr Körper glich einem Klapptisch, dem an ein Bein wegtritt. Und Peyton krachte zu Boden, wie eine Obstschale. Seine schlaffen Gliedmaßen sorgten zumindest für einen gummiartigen Aufprall. Beim Schleier stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, während sie ihren Arm an der Stelle massierte, wo der Stromschlag sie getroffen hatte. Sie war einer Brustpresse zu nahe gekommen. Als sie versuchte abzuschätzen, durch wie viele Gerätschaften sie sich noch hindurchschlängeln musste, dachte sie, ich kann das nicht. Ich kann das nicht! Kannst du aufstehen? fragte sie. Peyton antwortete auf eine nonverbale Art, die nicht nur sein Nein zum Ausdruck brachte, sondern diese Tatsache auch noch nachdrücklich betonte. Verdammt! Er konnte doch eigentlich jetzt nichts mehr im Magen haben. Ich schaffe das nicht, stöhnte sie und sah sich um, während sie immer noch ihren Ellenbogen massierte. Als ihr Blick umherirrte, wurde ihr plötzlich klar, dass sie auf der Suche nach Hilfe war. Nach irgendeiner Art von Rettungsleiner. Einem Retter. Es musste doch irgendjemanden geben, an den sie sich wenden konnte. Erst zum zweiten Mal in ihrem Leben rief sie ernsthaft die gütige Jungfrau der Schrift an, indem sie die Augen fest zusammenkniff und versuchte, trotz der chaotischen Umstände, des Lärms, der Gerüche, des Anblicks und der rasiermesserscharfen Adrenalinstöße, die durch ihr System fuhren, die richtigen Worte zu finden. Irgendwie gelang es ihr, die Gottheit zu bitten, jemanden zu schicken, der all dem ein Ende bereitete, der sich um Peyton kümmerte, die anderen Leute retteten, die am Boden lagen, der alle aus dieser Hölle befreite. »Hör auf, Zeit zu verschwenden«, befahl ihr eine innere Stimme. Das war ein solcher Schock, dass sie herumfuhr, weil sie erwartete, jemanden hinter sich stehen zu sehen. Doch da war niemand. Vielleicht war es eine Lautsprecherdurchsage gewesen. »Hör auf, Zeit zu verschwenden. Los jetzt!« »Ich kann ihn nicht mehr hochheben.« »Dann denk dir eine andere Möglichkeit aus.« »Ich schaff das nicht.« »Streng dich gefälligst an.« »Okay. Na gut. Okay. Na gut.« Immer wieder murmelte sie diese Worte, während sie sich wieder breitbeinig über Peyton stellte, um ihn in Position zu wuchten. Die zweite Hebefigur war noch unkoordinierter als die erste, denn ihr ausgelaugter Körper wollte ihr einfach nicht gehorchen. Aber Peyton schien langsam wieder zu Kräften zu kommen und hielt sich an ihrer Hüfte fest. Als sie den Hindernislauf schließlich hinter sich gebracht hatte, gingen ihr die Kräfte aus, so dass sie rasch überschlug, wie weit es noch bis zur Tür war. Dann rechnete sie Faktoren wie die Deformation ihrer Schulter unter der Last ein, sowie die Tatsache, dass sie mit einem Mal unpassender Weise ganz dringend aufs Klo musste, dass sie das Gefühl hatte, als würde jemand ihre Blase mal trittieren. Sie fiel in einen schlurfenden Galopp, wobei ihre Füße über den zum Glück hindernisfreien Boden flogen. Und je weniger sie dabei wackelte, desto besser war es für ihren Passagier und ihren Körper. Aber Moment mal! Die Tür war zu! Ihr Ziel war zum Greifen nah, doch Paradise knifft die Augen zusammen, um trotz der Blitzlichter etwas zu erkennen. Scheiße! Die Tür war geschlossen! Aber vor wenigen Augenblicken hatten doch noch Leute davor gestanden. Als sie den Ausgang erreicht hatte, ließ sie Peyton von ihrem Rücken rutschen und schenkte ihm kaum Beachtung, wie er alle Viere von sich streckend am Boden landete. Was war mit dieser verdammten Tür passiert? Weder Klinke noch Griff. Keine Angeln. Kein Glas, das man zerschlagen konnte. Sie drehte sich um und ließ den Blick durch die Halle schweifen. In etwa zehn Metern Entfernung baumelten Seile von der Decke. Die dicken Tauer mussten erst jetzt aufgetaucht sein und zwei Gestalten kletterten so zügig daran hinauf, dass Paradise sich am liebsten hingesetzt und auf der Stelle aufgegeben hätte. Peyton! Sie legte den Kopf in den Nacken, um das Paar bei seinem Aufstieg zu beobachten. Da tag ich dich aber nicht hoch. Verdammt! Sie war sich nicht mal sicher, ob sie ihr eigenes Körpergewicht an diesem sich drehenden Seil würde hinaufziehen können. Peyton! Wir müssen... Nacheinander fielen beide Seile auf den Boden herab. Der Aufprall der dicken, geflochtenen Taue war sogar über den anderen Lärm hinweg zu hören. Wo waren die beiden Leute geblieben? Während sie sich die Augen rieb, hätte sie am liebsten geheult. Stattdessen stieß sie hervor... Was machen wir denn jetzt? Verdammt noch mal! Ein Windstoß kühler, sauberer Luft brachte sie dazu, sich umzudrehen. Die Tür hatte sich wieder geöffnet und zeigte eine undurchdringliche, schwarze Leere. Als hätte sie die anderen Anwärter, die hindurchgegangen waren, verspeist und wäre nun bereit für den nächsten Gang. Peyton rappelte sich mühsam auf und rieb sich mit zitternden Händen das Gesicht. Ich kann wieder gehen. Der Jungfrau sei Dank. Er sah sie an. Ich bin dir was schuldig. Warten wir lieber erst mal ab, ob es uns etwas bringt, da reinzugehen. Wir gehen gemeinsam. Mit stechendem Blick bot er ihr seinen Arm an, als würden sie gleich einen Ballsaal voller Seidenkleider und Smokings betreten. Ich lass dich nicht allein. Paradise starrte ihn einen Moment lang an. Gemeinsam. Sie hakte sich bei ihm unter und war nicht überrascht, dass er sie dazu benutzte, sich abzustützen. Trotzdem war es schon eine massive Verbesserung im Vergleich zu seinem kotzkommatösen Zustand. Sie taten beide vor und der Türrahmen war breit genug, dass sie nebeneinander durchpassten. Hinter ihnen knallte die Tür ins Schloss, wodurch sämtliches Licht verschluckt wurde. Paradise öffnete den Mund, um zu schreien, doch dann schluckte sie das Geräusch hinunter. Wieder hatte sie das Gefühl, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggerissen. Eine weitere Lektion, wie wichtig das Sehen für das Gleichgewicht und die Orientierung von Torso und Gliedmaßen im Raum war. Peyton neben ihr atmete schwer. Aus dem Nichts griffen plötzlich grobe Hände nach ihren Haaren, klammerten sich fest und rissen daran. Paradise kreischte wie am Spieß, während sie vor Angst zuckte und strampelte und dagegen ankämpfte. Paradise! Man riss sie auseinander und stülpte ihnen irgendetwas über den Kopf, das dann um ihren Hals zugebunden wurde. Dann zwang man sie auf den Boden hinunter, wo ihre Füße gefesselt wurden, bevor man sie auf dem Rücken liegend weiterschleifte. Sie drehte und wandte sich, versuchte zu treten, zu atmen, wenigstens halbwegs ruhig zu bleiben, um klar zu denken, obwohl sie den Eindruck hatte, zu ersticken. Sie hatte das Gefühl, als würde sie vielleicht doch sterben. Oben auf dem Gerüst lernte Craig auf die harte Tour, dass er besser das verdammte Gleichgewicht bewahrte. Denn der Stromstoß, den er jedes Mal bekam, wenn seine nach Halt tastenden Arme etwas Metallisches berührten, brachte sein Herz zum Rasen und verursachte in seinem Hirn eine Sekunde lang einen Kurzschluss, den er sich nicht erlauben konnte. Natürlich war diese verfluchte Plattform so klapprig wie ein alter Mann, kippelte mal in die eine, mal in die andere Richtung und schaukelte dabei wie ein Uhrpendel. Wir müssen im Takt bleiben, rief er Novo zu. Folge meinen Schritten. Starke Hände packten ihn um die Taille. Hab dich! Gemeinsam verfielen sie in einen Gleichschritt, der schnell, aber vorsichtig war. Denn sie schwankten dabei beide hin und her. Die Hitze der Scheinwerfer oben und die Menge an Leibern unter ihnen brachten Craig ins Schwitzen. Mit ausgestreckten Armen versuchte er, sich und Novo zu stabilisieren, wodurch sie noch besser vorankamen. Unterwegs nach irgendwo. Ganz plötzlich hörte das Gerüst aufzuwackeln, was gar nicht gut war. Denn was auf der kippeligen Plattform funktioniert hatte, klappte auf einer stabilen überhaupt nicht, sodass sie beide in eine ganze Reihe von Stromschlägen schlitterten, die sie aufeinanderprallen ließen. Nur um dann erneut gegen die Metallgeländer zu torkeln und eine verpasst zu bekommen. Muskeln verkrampften und weigerten sich wieder loszulassen, bis Craigs Gliedmaßen seinen mentalen Befehlen nicht mehr gehorchen konnten. Fuck! bellte er und versuchte, die Reaktion seines Körpers auf den elektrischen Reiz zu unterdrücken. Was soll die Scheiße? brüllte Novo. Oder etwas in der Art. Dünne Luft. Das Nächste, was er mitbekam, war, dass er über eine Kante, die er nicht hatte sehen können, ins Leere trat und sich nun in freiem Fall befand, der sogar ihn aus voller Kehlebrüllen ließ. Rings um ihn herum sauste Luft nach oben, strömte durch seine Kleider, ließ sie im Wind flattern, peitschte seine Haare, die Haut im Gesicht und am Rücken und erfüllte seine Ohren mit Rauschen. Wenn er mit den Füßen vorauslandete, würde er sich beide Beine brechen. Aber es blieb ihm keine Zeit und auch kein Grund, sich überhaupt an einer Landung zu versuchen, die nicht fatal wäre. Platsch! Völlig unerwartet traf er seitlich auf kaltes, frisches Wasser, das seinen Körper sicher umfing. Die Erleichterung, sich nicht die Oberschenkel bis in den Hals gerammt zu haben, war jedoch nur von kurzer Dauer. Seine getaserten, gefolterten, überhitzten Muskeln verfielen sofort wieder in einen erstarrten Krampfzustand, wodurch ihn sein mangelndes Körperfett in einen Anker statt eine Boje verwandelte. Der Schock der unerwarteten Landung hatte ihn tief nach Luft schnappen lassen. Aber dieser Sauerstoffvorrat würde nicht lange anhalten. Er musste an die Oberfläche gelangen. Mit Kraulschlägen und nur einem beweglichen Bein kratzte und trat er sich hoffentlich nach oben. Er hatte keinerlei visuelle Orientierung mehr. Um ihn herum nichts als ein schwarzer Abgrund, der ihn verschlingen würde, wenn er sich nicht in Sicherheit brachte. Die Oberfläche des Pools, Teichs, Sees, was auch immer es war, überraschte ihn auf dieselbe unerwartete, unangekündigte Weise wie sein Eintauchen. Husten und nach Luft schnappen waren zwei Aktivitäten, die sich gegenseitig ausschlossen, sodass er seinen Überlebenstrieb zwingen musste, das krampfartige Verhalten seines Zwerchfells zu kontrollieren. Chlor. Er befand sich also in einem Schwimmbecken. Sehr viel mehr dachte er über diese Tatsache nicht nach. Der Schmerz in seinen verkrampften Muskeln war unglaublich, so, als würde ihm jemand Dolche in Oberschenkel, Arsch und Bauchramm. Und bevor er richtig zu Atem gekommen war, drohte er schon wieder unterzugehen. Das durfte nicht passieren. So würde er nicht sterben. Gegen die Impulse seines Körpers ankämpfend, benutzte er sein Hirn, um sein armes Nervensystem auszutricksen. Während er ganz tief Luft holte, ruderte er mit den Armen, um einen Strudel zu erzeugen, der seinen Oberkörper flach auf die Wasseroberfläche trieb. Dann hielt er verdammt still, damit die Luft in seinem Brustkorb als Rettungsweste fungieren konnte, die er nicht trug. Es war kein perfekter Schwebezustand. Seine Beine sanken immer wieder ein, sodass er regelmäßig Wasser treten musste, um oben zu bleiben. Aber es war definitiv besser, als auf Grund zu sinken und zu ersaufen. Ab und zu atmete er aus und wieder ein. Wie lange er so durchhalten konnte, wusste er nicht. Aber das würde er mit Sicherheit rausfinden. Verflucht! Seine versteinerten Muskelstränge waren pure Folter. Um sich abzulenken, stellte er sich wieder vor, wie er dort oben auf dem Steg balanciert war. Die Brüder waren wirklich brillant, beschloss er. Aus dieser Hitze, in diese Kälte, und das nach den Stromschlägen. Das waren ideale Bedingungen, um jemanden genau in den Zustand zu versetzen, in dem er sich jetzt befand. Gegen die natürlichen Reaktionen des Körpers auf bestimmte Reize und Umgebungen ankämpfend. Was passierte mit all den anderen? Überlegte er. Wo war die Vampirin? Nicht die, mit der er dort oben gewesen war, sondern die andere. Paradise. Das um seine Ohren klatschende Wasser glich der Leitschuh aus der Turnhalle, weil es ihn abwechselnd taub machte und dann wieder akustische Reize durchließ. Er hörte das Platschen sowohl in seiner Nähe als auch weiter weg. Ziemlich viel Geschrei und Prusten. Echos. Es klang nach einer großen Halle mit niedriger Decke und vielen Fliesen. Craig stieß die Luft aus seinen Lungen aus, um sie sofort wieder mit neuer zu füllen und zu warten, was als nächstes kommen würde. Ich lese lege 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 Vielen Dank.